Schönen guten Abend Leute! Nachdem ich gestern die Woche mit der Verkündung unserer Sieger aus dem Wilsberg-Gewinnspiel eröffnen und euch außerdem noch stolz verkünden konnte, dass wir inzwischen auch schon über 500 Fans bei Facebook haben, geht heute mit angenehm entspannten Themen weiter. Ihr alle wisst es, es ist Ferienzeit, egal ob ihr Schüler oder Studenten seid, jetzt könnt ihr mal so richtig abschalten. Und auch wenn der Sommer vielleicht gerade nicht so mit optimalem Wetter auffährt, sollte trotzdem niemand auf der Couch herumlungern müssen. Daher haben wir uns mal auf die Suche nach dem ultimativen Ferientipp gemacht. Und wer könnte uns den besser geben als ihr? Also gut aufgepasst! Eine Menge am Asi sitzen. Man kann ja auch zum Beispiel am Kanal ein Buch lesen. Es gibt eine Menge, denke ich, dass man hier machen kann. Auf jeden Fall. Also ich gehe ins Freibad auch wenn es kalt ist, weil besonders wenn es kalt ist, ist da nicht so viel los und man kann sehr gut schwimmen. Also wenn man einfach Freizeit hat, bei gutem Wetter macht man natürlich was draußen, nachmittags und sowas. Am See oder im Schwimmbad. Und abends halt feiern gehen mit Freunden oder auf Partys. Wir treffen uns mit Freunden oder wir gehen shoppen. Ich fahre gerade nach Hamburg. Aber ich glaube, hier in Münster kann man auf jeden Fall immer gut zum Asi gehen und zum Kanal. Grillen, am Wasser liegen. An Asi legen, Fahrrad fahren, gehen, Sport machen. Viele nette Sachen. Ja, da gibt es ja diesen Ferienkoffer für die Kinder. Und das wurde auch in den Schulen verteilt. Da steht ein ganz tolles Kinderprogramm. Ich glaube, Atlantis heißt das dieses Jahr. Genau. Da können die Kinder sich das zu Hause mit ihren Eltern angucken. Und diverse Sachen. Also wirklich über Klamotten zum Selbernähen, Schminken, Spieleturniere, alles machen. Ja, und außerdem haben wir da noch einen weiteren Tipp für euch. Münster bietet genügend Möglichkeiten, um ordentlich abzufeiern oder sich coole Konzerte anzuschauen. Und vielleicht gefällt euch ja die Band aus unserem nächsten Beitrag so gut, dass ihr sie unbedingt auch mal live sehen wollt. Die Jungs sind im Laufe ihrer Bandgeschichte schon echt weit rumgekommen und geben sich bestimmt auch wieder in Münster die Ehre. Wo sie sich aber inzwischen schon überall rumgetrieben haben, das erzählen euch Michael und Nobby von The Ignition einmal selbst. Das war im Jahre 2005. Da habe ich zusammen mit meinem Kollegen Tim Jungmann, der heute leider nicht hier sein kann. Ich glaube, er ist familiär sehr eingespannt heute. Die Goldene Hochzeit war so was, glaube ich. Und ja, wir haben vorher in anderen Bands gespielt, hatten zu der Zeit beide keine Band und haben uns dann, ich sag mal, zwei Stühle, eine Meinung in einem Proberaum getroffen, haben ein wenig musiziert und dadurch sind so die ersten Songideen entstanden. Und dann wurde es immer mehr und haben uns noch ein paar Leute dazu geholt und so ist die Band quasi entstanden. . . . . . Country und Western, nein, wir machen eigentlich so einen klassischen Hardrock, würde ich sagen. Sie sind aufgewachsen mit AC-DC, so in die Richtung geht das teilweise, aber eigentlich ist es mehr so unser Style, aber es ist eigentlich klassischer Hardrock. Das größte Highlight waren die zwei China-Touren, die wir bis jetzt hinter uns haben. Wir haben natürlich auch andere schöne Auftritte gespielt, aber ans andere Ende der Welt zu fliegen, um da Rock'n'Roll zu machen, ist geil. Es war unglaublich beeindruckend, fand ich, also die Leute waren begeistert durchweg, würde ich sagen, und waren teilweise erst schwer zu motivieren mitzumachen, weil es häufig eher Sipps-Publikum war, also Leute, die vor der Bühne saßen, geklatscht haben und dann war gut, aber wir haben es echt meist hingekriegt, dass die Leute nachher vor der Bühne getanzt haben, sich gefreut haben, Fotos mit uns schießen wollten, Autogramme, CD´s gekauft, also wirklich Rock'n'Roll. Unser anderer Gitarrist Tim Jungmann und Sänger auch mittlerweile, muss man dazu sagen, der war schon vorher in Shanghai, hat da fleißig unsere CD´s verteilt und quasi dadurch ist ein Kontakt zustande gekommen zu einem dort deutschen Laden, Papas heißt der. Und die haben uns daraufhin angeschrieben und gefragt, ob wir nicht mehr Lust hätten, bei denen ein Konzert zu spielen. Und da haben wir gesagt, bevor wir uns schlagen lassen, machen wir da gerne mit und sind dann nach, erste Tour war nur Shanghai, nach Shanghai geflogen. Und wenn man schon mal vor Ort ist, spielt man natürlich auch andere Konzerte, sucht sich andere Plätze noch und so ist das eigentlich entstanden. Also aktuell sind wir damit beschäftigt, ein neues Album fertig zu machen, aufzunehmen, erst mal Songs zu schreiben und danach aufnehmen. Und dann werden wir wieder fleißig durch die Gegenden hier touren. Und hoffentlich kommt da ein oder andere auch vorbei. Also du kommst auch, ne? Weitere Fotos zu ihrer Asien-Tour seht ihr auch auf der Facebook-Seite der 4Jungs. Schaut einfach mal vorbei. Und wie schon anfangs erwähnt, auch wir haben eine eigene Seite und freuen uns über mittlerweile 500 Fans. Doch natürlich haben wir auch nix dagegen, wenn es noch mehr werden. In diesem Sinne klickt einfach mal rein. Jetzt habt ihr ja Zeit, denn unsere Sendung ist für heute auch schon wieder vorbei. Macht's gut und bis morgen!